Vor wenigen Tagen strahlten Prinz Harry und Herzogin Meghan im Rahmen eines Polo-Turniers in Wellington, Florida noch um die Wette. Das Team des Briten gewann dann die Veranstaltung und reichliche Spenden für eine Organisation in Afrika konnten auch gesammelt werden. Zum Abschluss gab es sogar noch einen liebevollen Schmatzer für den zweifachen Vater von der einstigen Schauspielerin. Die gute Laune scheint jedoch bereits verflogen zu sein. Schuld daran ist vor allem Meghans Halbbruder Thomas Markel Jr. 57. Auf YouTube meldete sich die Verwandtschaft der US-Amerikanerin mit wilden Verschwörungstheorien um die Herzogin und einer Perücke zurück. Als Megan stellt sich der US-Amerikaner nun in seinem neuesten Clip vor und trägt dabei eine schwarze Perücke mit Haarband und einen Babybauch, was vermutlich an die Optik von Herzogin Meghan erinnern soll, während die schwanger war. Obwohl der einstige Glaser die Herzogin seit ungefähr zehn Jahren nicht gesehen hat, sei er sicher, dass Meghan zwei Schwangerschaften mit einem Fake-Bauch von eBay vorgetäuscht habe. Der Grund? Sie soll vielleicht gar keine Kinder bekommen können. Doch damit nicht genug Drama. Angeblich soll Meghans Mutter Doria Ragland auch einige Geheimnisse vor der Öffentlichkeit verbergen. Sie soll länger im Gefängnis gesessen haben. Frauenfeindlich, hasserfüllt und böse, findet vor allem die ehemalige BBC-Royale-Expertin Jenny Bond. Dass ihr eigenes Fleisch und Blut den Angriff anführt, muss sich für Megan wie der ultimative Verrat anfühlen. Vor allem, da Meghans Halbbruder mit den Clips nur eines tun will, Geld verdienen. Der 57-Jährige kann mit den Werbeeinnahmen von YouTube, aber auch mit den elektronischen Zahlungen der User und Abonnenten Kohle machen. Ein Unding, so die Expertin weiter. Bei dieser Aussage dürfte Megan ihr sicherlich zustimmen.